Hi, ich bin Iris und heute gibt es mein Wunschlisten-Video für New Adult und Erotik. Und welches Genre im nächsten Wunschlisten-Video drankommen soll, das könnt ihr hier oben abstimmen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Beautiful Disaster von Jamie McGuire. Fallplay von Sophie Jordan. Dirty Secrets von Jay Kenner. Liebe alle Hollywood von Jay. Heart Surrender von Emma Weimann. Vorsicht Sternschnuppe von Jay. Saint von Katie Evans. Act of Passion von Jane Christo. Colors of Love von Catherine Taylor. Bis du wieder atmen kannst von Jessica Winter. All for You von Meredith Wilde. Trinity von Audrey Cullen. Fifty Shades of Grey von Christian Selbsterzählt von E.L. James. Pure Corruption von Pepper Winters. Losing It von Cora Carmack. Forever In Love, Das Beste Bist Du von Cora Carmack. Hot Suit von Penelope Ward. Twist Me von Anna Sears. Game On von Kristen Callahan. The Deal von Al Kennedy. Fairy Game, Jade & Shep von Monica Murphy. Der letzte erste Blick von Bianca Yusevoni. Rock Kiss von Nalini Singh. Keinen Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott. Game of Hearts von Jennifer Lee. Nova & Quinten von Jessica Sorensen. Kaylee & Kaiden von Jessica Sorensen. 80 Days von Vyna Jackson. Fifty Shades of Grey von E.L. James. Kirschroter Sommer von Karina Bartsch. Paper Princess von Aaron Watt. Him von Serena Bowen. Dublin Street von Samantha Young. Und If You Stay von Courtney Cole. Und ja, das waren sie alle. Und ich hoffe, dieses Video war länger als das vorherige. Da war es ja Science Fiction und Dystopien. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr die Bücher schon gelesen habt oder nicht und wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten würde ich sagen, das war es von diesem Video. Und dann würde ich euch freuen, wenn euch das Video gefallen hat.